Die CIA übernimmt diese Mission. Sie benutzen ein Skalpell. Ich bevorzuge den Hammer. Nichts für Ungut. Mission Impossible ist der beste Film des Sommers. Die CIA wurde infiltriert. Ich taue keinem außerhalb dieses Raums. Vollgeladen mit atemberaubender Action und Spannung. Diese Mission ist eine Falle. Das ist der Grund, warum wir ins Kino gehen. Showtime. Mission Impossible. Fallout im Kino.